Jo moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zu Zambi Army Trilogy. Und wir sollen nun das okkulte Siegel an der U-Bahn-Haltestelle hier öffnen, damit wir dort durchkommen. Wollen wir das wirklich? Naja, wir haben nicht wirklich eine andere Wahl. Ja, machen wir ein bisschen Platz. Ok. Wollen wir doch mal gucken, wie wir hier durch die U-Bahn rauskommen. Ach, stehenbleiben. Oh. Ja, ich könnte mich natürlich hinlegen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Warum meinen besten Vorteil gegenüber den Zombies aufgeben? Geschwindigkeit ist das, was ihnen fehlt. Und ich habe. Das lasse ich doch nicht links liegen. So, ähm, Fahrkarte löse ich jetzt keine. Ich glaube, ich kann es mir heute mal erlauben, schwarz zu fahren. Ah, lalalalalalalalalala. Ok. Ah. Ok, alles klar. Wir müssen also zu den Docks, um wegzukommen. Alles klar. Ja, sollte doch machbar sein, oder? Ok. Not. Ok. Nur schon regnerisch, das Ganze hier. Ok. 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 Okay. Okay, ach, das ist also schon da vorne. In Ordnung. Gut. Wir haben noch relativ gute Munitionen an Bord. Na, das nenne ich hier ja mal. Eine hübsche Gegend. Ja, das ist aber weit draußen hier. So, den sind wir los. Ich bin gespannt, ob er vielleicht noch irgendwo ein Kamerad... Moment. Da hat er doch tatsächlich noch einen mitgebracht. Okay, 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 okay. Schleicht hier noch was rum. Sieht erstmal nicht so aus. In Ordnung. Dann. Das Tor ist dann offen. Offen. Ei, ei, ei. Oh, noch ein okkulter General. Ei, ei, ei. Okay. 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 Oh oh! Aaaaaah! Oh oh! Aaaaaah! Sooo... Schon unterwegs, man! Schrei doch nicht so! Meine Güte! Unentspannter Typ! Das ist der Beginn! Der Vaterland wird nicht fallen! und dann schreit! Hey-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e! Wie, was? Wir müssen doch wieder hin? Och, nö. Na gut, okay. Haben wir hier auch noch Pustolenmunition rumliegen, Jungs? Sieht nicht so aus. Mann. Bäm, weg sind die Ratten. Ich glaube, da gab es sogar einen Chiefnetsu, oder? Ich bin sicher. Mann. Konzentration. Kann ja nicht sein. Da fliegt ihm glatt die Mütze weg. Sooo... Ohohohoho! Was ist das? 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 Ah, wenn sie nicht alle sofort wieder verschmendern Okay Du hast wohl eine V2 abgestürzt Das ist auch nicht schlecht Da muss ich hin Okay Okay We're done, yeah Okay Huh? Ja, 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 komm, nicht hauen, nicht hauen. Das Schöne ist, wir haben noch sogar relativ viel Platz, um uns zu bewegen und auszuweichen. Das wird dann nachher nicht mehr so sehr der Fall sein. Ja, äh, Hankernahmen habe ich genug, danke. Ähm, aber ich nehme den Kopf mit. Da ist auch nicht wirklich was Tolles. Okay, gut, das heißt, wir müssen hier jetzt weiter. Okay. So. Der war ein bisschen verbrutzelt, der Kollege hier. Okay, so, jetzt hier lang, was, eins. Okay. So, langsam kämpfen wir uns zu dem Turm davor. Oh, okay. Ach so. Okay, wir sind gleich da. Und wer auch immer deine Freunde da sind. Ach, wahrscheinlich durch mein... Jo, 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 jo. Okay, ähm, pass mal auf, wir legen einen hier hin. Ein dahin. Dann legen wir hier... ...ne Stolpermine. Und hier legt Munition rum. Können wir gut gebrauchen. Von hier kommt im Moment nichts. Das ist in Ordnung. Wo? Mal sehen, wie es hier jetzt wieder mal aussieht. Ne, da kommt auch noch nichts. Okay, da kann ich das tatsächlich auch gut sehen. Weil wenn, dann kommt da noch was von da rechts durch die Feuerwand. Da sind sie. Okay. Okay. Kommt jetzt gerade in den nächsten Mal. Das ist gut. Ich gehe extra nicht nach ganz oben, weil ich doch von hier ein bisschen besser... Aha. Okay. Das war's für heute. Okay, im Moment sind wir eigentlich noch relativ cremig unterwegs. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, tatsächlich. Coole Nummer. Gib dich zum Versteck. Ja, machen wir doch genau das. Coole. So, Munition ist voll. Prima. Ja, da können wir dann beim nächsten Mal weitermachen, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal, wie die Story hier weitergeht. In diesem Sinne macht's gut, bis denn und ciao.